Sonnenuntergang in Tolo am Ostersonntag. Blaue Winde von der See her, die die kühlen Winde von Norden abgelöst haben. Um 18 Grad Wassertemperatur, gegen 20 Grad Lufttemperatur um diese Zeit. Um 20.30 Uhr wird am Strand der Judas verbrannt, weil es sich so schön reimt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017